Nein! Ich hätte echt kein Problem damit, wenn da oben eine Flagge wäre. Ich hätte gerne eine Flagge, wenn da oben eine Flagge wäre, wenn da oben eine Flagge wäre. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's. Warum? Wieso muss jetzt hier wieder die Perspektive geändert werden? Boah. Shit. Nie wieder. What? Was war das? Was? Wieso diese platzliche Kamerabewegung? Warte, was? Wieso bin ich durch den Laser durch? Was? Was? Also ich finde diesen... Das finde ich jetzt echt nicht gut. Was? 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 Okay. Oh, warte. Das war nur für den Stern? Ach, ich muss also da wirklich lang. Shit! Ich darf echt nicht R drücken. Aber ich weiß ja, wie es geht. Das ist nicht schlimm. Wollte ich hier den Teil schaffe, ist alles in Ordnung. Die Frösche sind ganz einfach. Immerhin haben sie einen toten Winkel. Oh, na. Oh, nein. Oh, yeah. 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 Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Wieso, warum kommen die Hakenkreuze überhaupt durch die Wände durch? Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh la la! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh! 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 Yes! Oh, ja. Oh, ja. What? Nein! Oh, nicht so kurz vor der Flagge. Alter, ich bin noch durchgestampft. Yes. Yes. Warum? Ich bin durchgestampft. Aber offenbar hilft es auch nur, solange man noch in dieser Stampfbewegung ist. Sobald man auf dem Boden ist, wird man wieder angegriffen von dem Ding. Oh, Gott. Das wird langsam echt brutal. Mal. Yes. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Yes. W-Wha-Wha-Wha-Whaat? Warum nicht? Das verstehe ich jetzt nicht. Muss ich vielleicht. Aber ich... Warte, ich glaube, das ignoriert da den Stern, ne? Das... Ich verstehe das jetzt gerade nicht. Warte, jetzt ging's. Warte, da drüben ist das vorne. Das ist total. Raus hier, ich will ja raus. Warte, oh Gott. Was ist das denn für eine Gesch... Groovy, gut. Wie alle finden's groovy hier. Ich meine, die Musik ist gut, aber... Yes. Shit, man muss auch ne Geschwindigkeit beibehalten, sonst klappt das nicht. Und ich... Oh, ja. So... Warte, oh. Damit das klappt, muss ich das Ding erstmal Vorsprung gewinnen lassen, was nicht genug gerade war. Da bin ich zu früh gesprungen. Wenigstens sind hier Checkpoints.